Die Art von Graffiti, um die es heute geht, da geht es meistens den Jugendlichen neben dem Aspekt der Kreativität und sich einfach auszuleben darum, sich selber bekannt zu machen und so wie jede normale Firma für sich zu werben. Untertitelung des ZDF, 2020 In Ostwestfalen-Lippe wird immer mehr gesprayt. Rund 80 zumeist jugendliche Sprayer halten die Bahnpolizei zwischen Laken und Minden, Paderborn und Bielefeld auf Trab. In Ostwestfalen-Lippe wird immer mehr gesprayt. In Ostwestfalen-Lippe wird immer mehr gesprayt. Ich sitz drinnen! Ich bin drinnen, Mann! Die Sprayer kommen im Dunkeln. Die Aktionen sind gut geplant. Die Fluchtwege ausgekundschaftet. Da ist sich die Polizei sicher. Den Sprayern bringt's den Kick. Der Bahn die Kosten. Eine halbe Million Mark waren es allein im vergangenen Jahr. Graffitis an städtischen Wänden werden in Bielefeld aus Kostengründen nicht mehr entfernt. Und ich bin leer, weiß ich die Presse und sieht… Ich bin ja nicht manufacturerin. Ich bin klrepant. Und ich bin kein Klč. Und ich bin kein Klč. Und ich bin nicht möglich. Ich mag Skater die Weiten, doch ich lieb Reiter die Seh'n, so ist es eher Priorität in Lenk'n Leben Ich mag die Seh'n, so ist es eher Priorität in Lenk'n Leben Graffiti, as the name itself, is not an art. Graffiti is the application of a medium to a surface. I will show you graffiti, such as the letters on the end of that car, directly in back of me. Is that an art form? I don't know, I'm not an art critic. But I can sure as hell tell you that that's a crime. I can sure as hell tell you that that's a crime. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. You know what I'm saying? That's it. Otherwise, I don't give a fuck about whatever everybody else give a fuck about. Hahaha. Whoa. Yeah. Yeah. Untertitelung. BR 2018 Ihre Werke sind schön bunt und kreativ und großformatig, aber für die meisten sind sie Kriminelle und nicht Künstler. Denn was sie tun, ist verboten und teuer für die Betroffenen. Besonders begehrte Flächen sind die Großraumwagen der Bahn. Im letzten Jahr gab es allein im Raum Ostwestfalen Lippe rund 70 Mal Anzeigen der Bahn, weil Züge, Brücken und Stellwerke verschmiert worden waren. Unsere Bestandsaufnahme belegt, ein Gegenmittel gegen den Eifer der Spreer ist noch nicht gefunden. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.